Sie nennen sich Christoph Kolumbus. So ist es, Eminenz. Aber Sie heißen in Wahrheit Christobal Kolum. Also mein Name wird in die Geschichte eingehen und dazu eignet sich die lateinische Form besser. Ja, ich habe das Kapitänspatent für große Fahrt und beschäftige mich hauptsächlich mit Entdeckungsreisen. Das dürfte auch hier bekannt sein. Hier sind Sie nur als Schnorrer bekannt. Wir haben Sie also nun entdeckt. Das ist eine große Ehre für Sie. Es wäre eine große Ehre für uns, wenn es Ihnen hier gefallen würde. Ja, die Gegend sieht ja soweit ganz manierlich aus. Dankeschön. A, E, I, O, U. Sex ist kein Tabu. U, O, I, E, A. Dazu bin ich ja da. Ja, bitte, 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 komm heute Nacht in meine Hütte. Bitte, bitte. Ich möchte so gerne wissen, wie weiße Männer küssen. Und die Kinder sind ja da. Ah, E, I, O, U. Sex ist kein Tabu. Gefällt es Ihnen? Was ist denn das eine Wahl? Häuptling, Medizinmänner, Minister und sonstige Vorgesetzte werden vom Volk frei gewählt. Das ist aber unglaublich, wenn sich sowas rumspricht. Jetzt natürlich nicht mehr, seit wir da sind. Mit diesen Unsitten wurde aufgeräumt. Jetzt werden alle von uns an... Darf ich Ihnen im Namen der spanischen Krone tief bewegt meinen herzlichen Glückwunsch zum Beginn des Kolonialzeitalters aussprechen? Also Amerik haben wir entdeckt. Da wird meine Alte aber staunen. Ach was. In hundert Jahren redet niemand mehr davon. Bis zum nächsten Mal.